Ein Herz und eine Seele, ein Beat und ein Bass, ein Drummer und ein Sänger. Zwei Jungs mit unerschöpflichen Energien nehmen Deutsch-Pop-Rock und streichen die Gitarren. Wer braucht schon Gitarren? Sie verschmelzen elektronische Sintis mit straighten Rockbeats und schiebenden Bässen. Damit erschaffen sie etwas Neues. Damit erschaffen sie Meister Chang. Seid dabei, wenn Meister Chang beim Represent Festival in Erscheinung tritt, uns in neue Sphären schickt und dieser Sound in Fleisch und Blut übergeht. Untertitelung. BR 2018